Servus De Maul und Grüße De Buam. Ja Freunde, das Jahr neigt sich zum Ende. Wir haben gemeinsam wunderschöne Touren gemacht. Ihr wart immer an meiner Stelle, immer an meiner Seite dabei, teilweise auch an meinem Monitor drinnen, um mein leckeres Futter herauszuknappern. Passt, alles Paletti, das macht nichts, das ist so optimal. Ja Freunde, ich kann mich an dieser Stelle nur wirklich bei jedem Einzelnen herzlich bedanken, dass ihr mich so treu immer wieder verfolgt auf meinen Touren und sonstigen Erlebnissen, die ich natürlich wahnsinnig gern mit euch teile. Wie erwähnt, das Jahr geht dem Ende zu, das nächste kommt. Weihnachten steht vor der Tür und klopft an. Mal schauen, ob wir es hereinlassen oder nicht, aber Spaß beiseite. Freunde, ich wünsche euch und euren Familien das allerbeste, ein wunderschönes, gesegnetes Weihnachten, ein paar gemutsame Tage zum Herunterkommen und natürlich den allerbesten Rutsch ins Jahr 2018. Ich habe ein paar Videos vorgedreht, ich weiß nicht, ob noch was inzwischen kommt oder erst nächstes Jahr, aber in dem Sinn wünsche ich euch noch einmal alles, alles Gute und man sieht sich 2018. Servus dem Haun und fiert euch die Buben.